weiter geht's da ist eine Insel im Weg da ist eine Insel im Weg ja, willkommen zurück bei 1.S.C.E.D. 4 Black Black und ich hasse jetzt, dass ich immer wieder fast über irgendwo dagegen knalle naja, jetzt sehen wir uns erstmal wieder die Macht über ein weiteres Gebiet hier das Kenway Empire breitet sich aus Sperrgebiet Isla und Kair Wahnsinn, hier viele Schiffbrüchige oh, da ist was da ist was zum Jagen ist da was da kann ich was jagen es geht gut als Fleisch zum Aufschließen hier, Captain hm, nice Junge, mach mir nicht so viel Hunger windet die Harponen los das wird lustig, sobald ich meine Ultimative Harpone habe ey den Plan habe ich ja schon dafür das ist ja auch nicht schwer Achtung, er zieht da ja sehr gut bringen wir's zu Ende, Captain habt ihr's für diesen Fisch das war wirklich einfach hm, ich hab ziemlich genau immer etwa dem Flügel gebracht ja ja, schön jetzt holen wir uns dieses verdammte vor meins 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 da ist ne Kiste ich hab mir gedacht das so ne Insel ist wie hier das so ne Insel ist wie damals hier Florida das eine von diesen Bonus-Content-Inseln da ist die ich habe für Vorbestellerboxen und so scheint aber nicht der Fall zu sein naja man kann sich doch zumal die Kiste schnell abholen hm komm ich hier so hoch nope ich hab jetzt ein neues Update ich hab jetzt ein neues Update ja man merkt doch dass dieses Schiff äh weit entfernt ist von dem was es sein soll also vom Zustand her gib mir etwas Bart an die Großschote und dich holen raus aus dem Wind so mehr drehen hoch die Banden da wird's bald so wieder auf Kurs wieder auf Kurs wir haben schon lange kein Schanty mehr gefunden ja ich weiß es ist Absicht ich mach gegen Mörser da Mörser da Mörser da Mörser so war einmal sind bereit Sir Rahm und Marssegel fest surren einholen Feuer Feuer auf dein Zeichen ja Feuer 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 Wenn ich nicht da bin, wo ihr mich haben wollt, könnt ihr mich nicht treffen. Scheiß geht sie gleich runter. Guck mal, wo kann ich denn andocken? Äh, andere Richtung. Andere Richtung. Steuerbord! Da, eine Art Frachterster! Wollte euch wirklich mit mir anlegen. Wenn ihr euch mit mir anlegen wollt. Ich will euch aber nicht antanken. So. Ich will jetzt das Vorhaben, vielleicht ein bisschen weniger, äh, Gesucht-Status. Alle Segel raffen! Segel bergen! Bewegung verdammt! Geht! Schwer da bitte! Das letzte Mal war mir hier die Tür offen. Ich glaub nicht, dass ich hier irgendwie lang... Aua, aua, aua! Heiß, 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 heiß! Heiß! Ich weiß ja, Kenway ist ein heißer Typ und so, aber... Ähm, wo soll ich hier rein? Ach, da. Derp. Der Weg ist offensichtlich. Was versuche ich? Durchs Feuer zu gehen. Geht mir auf den Weg! Ich muss ihn vorein nehmen! Autschen! Ich muss ihn nicht schiefen, ich muss es schiefen. Ich muss ihn nicht schiefen! Das hat mir wehgetan... Hm... 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 ... Oh, da ist schon eine Kiste. Das Fragment. Nein. Komm schon. Nee, da ich wieder dann noch mal auf meinem Schiff sein werde. Du hast mich nicht gesehen, ey. Uncool. Du kannst mich nicht gesehen haben. Wo sind sie da? Da unten. Da unten ist irgendwo noch eine Kiste. Ich will nämlich nicht nur mal her müssen. Nein, ich will da eigentlich nur her. Bitte, danke sehr. Eigentlich wollte ich den Tönes umlegen. Naja. Kein Wunder, dass ich mich hier so weggefetzt habe. Da lagen Fässer rum. Sind die aber gar nicht nett. Da hat der mit einfach so auf so ein expansives Fass geschossen. Aber uncool. Klopf, klopf. Wie schon beim letzten Mal, das wird dir mehr wehtun als mir. Und wieder gehört ein ganzer Bereich mir. Die, das ist ein Tönes umgekehrter. Okay, das ist ein Tönes umgehen. Oh, ja. Und das ist ein Tönes. So ist das ein Tönes. Fragezeichen? Uh, Fragezeichen klingt interessant. Fragezeichen klingt interessant. Das ist eine Tauchglocke. Ja, das ist ein Wrack. Kann ich noch nicht machen. Seide auf dem Wasser. Zeige, wie ist für mich eine rechte Nachricht. Blah höchst illegale Fracht. Äh, Finderfracht. Zweitigen. Also Schiffe versenken. Oder. So. Das geht auch. Müsst ihr verschwinden, Freund? Ja, muss ich sogar. Bitte, danke sehr. Ja. Ich musste sogar verschwinden. Okay. Gibt es eine Grund, warum du jetzt einfach mal baden gingst? Irgendeinen speziellen? Ich sagte kräftig. Komm an, Ma. Na? Ja. Ja, ich will. Da war ich ein Frachter. Stopp. So, mach wir mal eine hier. Und so. Ich tue doch nichts mit Story Mission. Aber so bin ich halt. Wenn ich etwas interessantes sehe, dann hat das Priorität. Wir kommen noch zur Story. Warum hörst du auch mit der Eisegeschwindigkeit, ey? Das ist nur ein Fragment. Vor allem ist der Fall der Schiff im Weg. Wie ihr greift mich an, Leute? Ich versenke euch. Ich bin jetzt dagegen gehauen. Ich bin jetzt dagegen gehauen. Der Käpt'n geht schwimmen! Der Käpt'n sieht so lustig aus, einfach nur. So. Jetzt ist es allerdings allee so relativ. Ja, das war das Geheimnis. Cool, ich habe noch eine Luftanzeige. Ich habe noch eine Luftanzeige. Der Bastard hat übertreiben Vorrat gekocht. Heißt, es ist nichts mehr übrig für die Heimreise. So. Wir greifen uns vor Sonnenaufgang rein und greifen und so viel rum wie wir können. Während der Käpt'n seinen Rausch ausschließt. Sorry, aber ich mag euch nicht. Sorry. Mag dich nicht. Oh, rum. Ich bin jetzt irgendwo da unten drin. Interessant. Schön ist es, dass es egal ist, ob ich nicht gesehen werde oder nicht. Naja, relativ. Nee, 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 nee. Äh... Pfff... La di da di da... Ah, danke doch, das Googlen! Sehr nett von dir! Was habt ihr denn hier Schönes? Seine Art, diese Kisten zu öffnen, erinnert mich irgendwie an Kingdom Hearts. Wen noch? Wen erinnert das noch an Kingdom Hearts? Oh, was ist denn hier? 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 Hier ist auch das Fragment irgendwo... Kann man noch weiter oben? Kann das? Nee... Weiter hoch geht nisch... Das heißt, weiter unten! Jo, dezent weiter unten! Und... Die letzte Kiste... Ist hier! Mein letzter Tunde ist... ...dort! Eine Schmugglerhöhle... Hast du dann? Hast du Patronen für mich? Nein, natürlich nicht! Die käme ja denn auch dazu! Wie käme ja denn auch dazu! Ja!